Paul, das werde ich an den Anfang schneiden. Wie viele Kommentare wollen wir auf die Folge sehen? Oh, ich habe einen Skinny übrigens bekommen. Wie viele Kommentare? Ja, schon so realistisch. 300. 1000. Schaut bitte einfach mal wieder. Die sind am hacken. Ich habe beschlossen, dass das jetzt eine neue Null wird. Und wenn ich das so beschlossen habe, dann habe ich das so beschlossen. Sehr schön. Ja, dann musst du ja mal Hallo sagen. Ah. Hallo, tschüss. Ja, ich hab bei ihm beides in allem gesagt. Hallo, tschüss, auf Wiedersehen bis morgen. Hey, Hacker, an der Stelle. Da kommt er hoch die Treppe, Nick. Oder durch den Keller? Nein, doch. In den Keller. Sehr schön. Was hat der auch gedacht, der Töte, dass er einfach nur spazieren kann und alles gut? Wahrscheinlich. Aber es ist halt einfach ein fataler Fehler. Fatal, würd ich sogar fast sagen, ja. Ich würd ich sogar fast sagen, schlalschlebs. Ich würd mal fast sagen, das sind halt Öschelz. Ja, da hast du jetzt nicht ganz umrecht. Wo sieht's Klaus? Klaus ist tatsächlich ein guter Kollege von mir, ist auch ein Unternehmer. Okay, der hat seine MP. Da kam. Rechts, rechts. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, der kann ich wirklich nur sagen, sehr, sehr gut. Oder halt auch, sehr, sehr gut. Kommt immer aufm Kontext an, ne? Wie schütteln wir solche Noobs? Schwachköpfer. Joa, da haben sie recht. Jetzt die Frage, weiß er, dass bei mir alles rechtens abläuft, oder? Ah, Digga, ich hab jetzt einen Tod. Ich wollt null Tode machen. Ja, und ich hab wieder mal den Mollotor. Mann, Verlappen. Die können sich nur Galils, Sliiis, Schlebs essen. Ja, das war die Meinung von der Enkel. Dann war er ja am reinhacken, ne? Nein, die darf er sicher gar nicht kaufen. Oder hat er bei dir ne CZ2511 Hashtag 5 Genehmigung geholt, oder ne? Ah, wie gut. Oh, der hat mich noch geholt, Nick. Das ist unlogisch. Das geht gar nicht. In den Keller gelaufen, der Typ. Nicht gut. Alter, Nick. Ey, das ist echt lecker, das ist lecker, Nick. Kannst du nix spielen? Wann? Warum müssen wir wirklich ein Setting zu Null werden können? Die unbedingt anpläden müssen. Wow, aber 208 ist schon stabil. Für die USPS? Bei mir an der Seite. Digga, was hat der Typ für Ding, der lag bei mir. Wann? Na, ne, bin ich... Da. Danke. Hier. Danke. Bitte. Danke. Ich würde mal fast behaupten... Was ist das drin? Kein mehr als das für dich tun. Ich hätte dir auch noch ein Geschenkkapier zukommen lassen. Das ist schon vorbei. Ja, du, das ging relativ schnell gegen die. Oh, sechs Abschlüsse mit einer Waffe. Das ist ehrenhaft. Nice. Oh, und... Äh, ja, ich auch. Hauptmann bin ich jetzt. Obwohl ich eigentlich Soßmann bin. Ah, ja! Jo, wie viele Likes, Paul? Äh, ja, 500. Okay, gut. Leute, 500 Likes, 300.000 Kommentare. Bitte, danke. Ähm... Ja, wie viele Abos? 400.000. Schreibt mal ein fettes Deutschland unten in die Kommentare. Also dann, bis dahin. Ciao! Los, Linda! Oh, das ist auch so.